So und diesmal haben wir eigentlich einen echten Radiohund, weil das ist der Gino und der Gino spricht gerne. Gino ist etwa fünf Jahre alt, er erzählt ganz viel, er bellt gerne, da braucht er noch ein bisschen Erziehung. Ansonsten ein sportlicher, quirliger Kerl, der circa fünf Jahre alt kastriert, sucht eine sportliche Familie, vielleicht nicht mitten in der Stadt, weil er halt doch gerne spricht. Oder Gino? Aber jetzt nicht.